So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Eigentlich war heute ein Level-Up-Video geplant, das werde ich jetzt aber verschieben auf Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag vielleicht? Bei Mittwoch Raider, Mittwoch, Donnerstag Raid Boss Wechsel, Freitag nochmal hier Raid Boss Wechsel mit dem Mega, dann ist Samstag nichts, Sonntag ist der Schlüpftag. Die Woche ist auf jeden Fall schon wieder voll und wir haben gestern den ganzen Tag darauf gewartet, dass sich was tut in Pokémon Go, weil ja angekündigt war, am 22.04. passiert was. Am 22.04. startet auch die Umweltwoche, da gab es aber keine Info zu wilden Spawns, weil gleichzeitig ja noch ein Kando-Event starten soll, beziehungsweise man Kando neu entdecken soll. Jetzt ist es soweit, mitten gestern Nachmittagsabends, irgendwann im Laufe des Tages, kam dann Entdecke Kando aufs Neue mit Biomen, mit Änderungen, alles sieht anders aus und es gibt sogar ein neues Pokémon, was vielleicht untergegangen ist. Hier gibt es jetzt einen kleinen Artikel, sucht während des Events in Entdecke Kando aufs Neue in Biomen nach Kando Pokémon. Das Bild kennt ihr bestimmt schon, das ist in letzter Zeit ja überall rumgegangen, das gehört alles zu dieser fetten Kampagne mit den drei heftigen großen Änderungen in Pokémon Go. So, dann steht das Datum da, vom 22.04. gestern, 19 Uhr, aha, 19 Uhr hat das angefangen, bis Freitag, den 10. Mai, 5 Uhr, was für eine super Zeit. Das ist auf jeden Fall eine gute Zeit, also vom Zeitraum her, dass ihr einiges entdecken könnt. Entdeckt die Welt aufs Neue. Pokémon Go hat einen Look und ist dadurch... hat einen Look. Nicht mal einen neuen Look, es hat einfach nur einen Look. Hat einen Look und ist dadurch intensiver als je zuvor. Taucht in die neue Pokémon Go Welt ein, indem ihr Biome erkundet. Das sind Umgebungen, in denen bestimmte Pokémon leben. Das werdet ihr richtig krass sehen, die Unterschiede, wenn ihr mal irgendwo an einem Wasser seid, in einem Wald seid, in einer Stadt seid. Dass das halt jetzt alles richtig anders aussieht. Die Pokémon aus der Kando-Region erscheinen in bestimmten Biomen. Während Pokémon Go Jahreszeiten oder besonderen Events können sie jedoch auch außerhalb der Biome anzutreffen sein, arbeitet mit anderen Trainern zusammen, um so viele verschiedene Biome wie möglich zu finden. Boni. Also ihr werdet ja die verschiedenen Hintergründe bemerkt haben, aber es gibt sogar Boni im Event. Mehr EP für eine Pokestop-Serie von 7 Tagen. Mehr EP für eine Fang-Serie von 7 Tagen. Braucht also 7 Tage, dann habt ihr da was davon. Freundschaftslevel steigen schneller durchs Geschenke öffnen, Pokémon tauschen und durch gemeinsame Raid-Kämpfe, Arena-Kämpfe oder Trainer-Kämpfe. Da sehe ich wieder Probleme auf uns zukommen. Viele Leute denken, oh, zwei Tage noch, alles klar, ich öffne mal, dann steht da noch ein Tag. Zack, Levelaufstieg. Was? Warum hast du das gemacht? Ja, da standen doch noch zwei Tage. Ja, ist doch gerade Event, ist ein Boni. Woher soll ich denn das wissen? Und so entsteht dann der Streit. Erhöhte Chance auf schillernde Bisa-Sam, Glumanda und Shiggy in ihren jeweiligen Biomen. So, das klingt auf jeden Fall gut. Die Starter, Kando, Kando ist sowieso Lieblingsregion. Nehmen wir mal mit exklusive Attacken. Wenn ihr die folgenden Pokémon während des Events entwickelt, dann lernt sie die exklusiven Attacken. Bisa-Floa bekommt Flora-Statue, Glurak bekommt Lohe-Kanonade und Turdok-Aqua-Haubitze. Sind also drei sinnvolle, wichtige, starke Attacken. Auch gerade für die Mega-Entwicklung hinzu macht man das. Wenn ihr noch ein gutes Starter-Pokémon aufgehoben habt, entwickelt das jetzt, damit es die Attacke bekommt, damit ihr keine Top-TM oder so, Top-Lade-TM nutzen müsst, damit ihr das jetzt so entwickeln könnt. Belohnungen für Feldforschungen. Es gibt wieder Feldforschungsaufgaben. Am Ende gibt es dann Mega-Energie für Bisa-Floa, Glurak, Turdok. Die könnt ihr auch ab jetzt finden im Event. Und eine Spezialforschung. Zu Beginn des Events in der Kando aufs Neue erhalten alle Trainer eine kostenlose Spezialforschung. Kein Ticket. Dieses Event hat kein Ticket. Für den Abschluss der Forschung erhaltet ihr Items, EP und Sternenstaub und begegnet Event-Pokémon. So, Showcases steht jetzt da nichts, aber ich denke mal schon, dass es in diesem ganzen Zeitraum Showcases geben wird. Wäre sonst Quatsch, wenn die da nichts machen. Aber ich mag die Kando-Pokémon. Ich bin gespannt auf die Kando-Pokémon, weil hier jetzt aber nichts weiter steht. Gehen wir auch nochmal auf den großen Artikel hier, wo das alles eingeleitet wurde. Diese einzelnen Sachen hier. Ihr habt ja auch die Daten dabei. Entdeckt euch selbst aufs Neue. Das ist ja schon Vergangenheit. Da ging es um euch, um euren Avatar, dass ihr euch richtig schön fett machen könnt. Entdeckt die Welt aufs Neue. Das ist auch ein richtig schönes Bild, wie ich finde. Am Strand mit lauter Wasser-Pokémon. Damit das eben alles anders aussieht. Die reale Umgebung und die Jahreszeit. Gebäude, Hügel, Berge, andere Landschaftselemente. So, die Optik passt sich dem Biom an, in dem ein Trainer sich befindet. Verschiedene Landschaften wie Wälder, Strände, Gebirge, Städte. Beispiele, Beispiele findet ihr hier. Braucht man nicht. Also egal. Das also, das wie es aussieht. Und das nochmal entdeckt aufs Neue Kando, das Event. Die nächste Änderung entdeckt die Realität aufs Neue. Ab 7.05. Ich denke, dann auch wieder 19 Uhr, damit das überall ist. Und hier stehen sogar noch ein paar coole Beispiele dabei. Wenn man hier runterscrollt, da hat man das Bild, was wir dort gesehen haben. Hier steht zum Beispiel, im Waldbiom gibt es Sachen wie Bisasam, Raupi, Horniu, Mirapla. Im Gebirgsbiom Sandan, Pipi, Zubat, Diktar. Im Strandbiom Schigi, Anton, Jurob, Karpador. Macht Sinn. Im Stadtbiom Raupi, Taupsi, Macholo, Nebulak. Und jetzt haben wir hier unten noch was. Und zwar ein neuer Freund, Schlickta. Nicht Diktar, sondern Schlickta. Den haben wir ja gefeiert. Der sieht aus wie aus dem Orion. Mitgenommen für abends. Das Meer-Aal-Pokémon Schlickta gibt sein Pokémon Go-Debüt im Strandbiom. Also rennt mal am Strand rum oder in der Nähe vom Wasser vielleicht oder so. Oder wie sieht Strandbiom aus? Ihr werdet es entdecken, wenn ihr eins in der Nähe habt. So, oder mal im Urlaub. Zack. Schlickta auf jeden Fall jetzt neu drin. Und das fand ich das Bild am coolsten. Ich glaube, dieses Bild packe ich auch als Thumbnail dann rein. Das ist vielleicht noch untergegangen. Also, merkt euch, die Boni, die hat vielleicht nicht jeder auf dem Schirm. Denkt dran an die Level-Ups mit den Freunden. Das geht jetzt alles wieder doppelt so schnell. Wenn er steht zwei Tage noch, dann lasst die Finger davon. Wartet, bis der andere euch abzieht. Dann seid ihr ärgerlich auf den und der nicht auf euch. Und neues Pokémon da. Wichtig. Nimmt man mit. Kann man bestimmt wieder entwickeln. Und die Attacken. Wenn ihr noch hier einen Starter habt, entwickelt die mal durch. Wenn ihr euch die aufgehoben habt, die bekommen jetzt ihre Seed-Attacken. Das sind eigentlich die drei wichtigsten Dinge dazu. Und ansonsten ergötzt euch an dem neuen Look. Wie findet ihr den neuen Look? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Wir sehen uns beim nächsten Mal.